Wenn einmal etwas passiert, können wir mit unseren neuen Servicejets schnell an jedem Ort in Österreich sein und Hilfe leisten. Damit sind die rund 230 Millionen Euro in die neue Flotte sehr gut investiert. Auch in den Klimaschutz, denn die neuen Servicejets sind mit einem nachhaltigen Elektro-Hybrid-Antrieb ausgestattet. Sie sind einfacher in der Bedienung, haben diverse moderne Löscheinrichtungen an Bord, Wärmebildkameras, eine rauchgeschützte Umgebung und sind flexibel einsetzbar. Der Elektro-Hybrid-Antrieb ermöglicht uns drei Energiequellen zu nutzen. Je nach Situation können wir Strom aus der Oberleitung verwenden oder mit leistungsstarken Akkus oder Dieselaggregaten das Fahrzeug betreiben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017